Titanic präsentiert Türken Trash Deluxe Der Film des Jahres Im Jahr 1954 erblickte in Istanbul der geliebte Türkenführer Recep Tayyip Erdogan das Licht der Welt. Rise 2, Rise of an Empire erzählt seinen glorreichen Aufstieg. In 10 Kapiteln, die alle bisher gedrehten Filme alt aussehen lassen. Unter anderem mit Ali-Anne, Erdogan, ein Baby süß wie Baklava. Wirkiner vom Streichelzoo, Recep besorgt es ganz Istanbul. Türki Woman mit dem Sexfahrstuhl nach oben. Klub der toten Journalisten, Krieg gegen Deniz. John Sieg, Rache Isucuk. A la Land, kann Erdogan die ganze Welt erobern? Finden Sie es heraus, nur in der Titanic April Ausgabe. Jetzt am Kiosk. 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 Kiosk.